Moin se Palmarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Rapsplay. So, mein Pferdchen lassen wir mal hier an der Leine. Und dann begeben wir uns mal nach Meridian. Wer führt sich denn die Waren ein? Das ist ja ekelhaft. Wir sind treue Bürger. Wie lange müssen wir warten? Ist aber gut bewacht hier. Oh, Batterie fast leer. Egal, das ist eh die letzte Folge. Ulin, genau. Ja, das stimmt. Ach du Scheiße. Meridian Tor, da ist ein Händler. Was ist das? Zeig mal hier. Ja, okay. Ja, er wollte mich seiner Schwester vorstellen. Und wir müssen noch unsere Freundin suchen, die Nakoa. Die ist auch hier irgendwo. Die wir ja letztens mal befreit haben. Ich finde ja einfach alles mega. Boah, was ist eine krasse Stadt, ey. Sieht schon geil aus. Stopp, genau da. Im Lichte des jüngsten Angriffs müssen alle, die Meridian betreten wollen, sich durchsuchen lassen. Jüngster Angriff? Was war das für ein Angriff? Der Mord an Hauptmann Ersa und der Garde natürlich. Getötet von Schatten-Karja-Truppen am Rotkamppass. Ersa? Du meinst, Erends Schwester ist tot? Woher kennst du seinen Namen? Ich kenne Erend. Ruf ihn. Ich muss mit ihm reden. Ha! Ich fürchte, dass Erend, der neue Hauptmann der Garde, ein Mann in Trauer, keine Zeit finden wird für eine Fremde. Eloy! Du lebst! Ich dachte, du wärst tot. Macht Platz! Macht Platz! Du kommst hier nach Meridian nur für mich? Hast du getrunken? Ja, fast nichts. Ein bisschen. Du lebst also. Das ist ein Grund zum Feiern. Geht auf mich. Wir müssen reden. Allein. Und du musst dich zusammenreißen. Da drüben. Sie darf also? Natürlich darf sie. Von jetzt an darf sie in diese Stadt kommen und gehen, wie sie es möchte. Zu Befehl, Sir. Bitte. Jetzt sind wir zwei ganz allein. Was wolltest du mir sagen? Seit dem letzten Mal ist viel passiert. Bei der Erprobung griff uns eine Gruppe von Mördern an. Nur wenige überlebten. Wir waren im Dorf und hörten Explosionen. Oben. Auf dem Berg. Dann kamen eure Krieger zurück. Sie sprachen von den vielen Toten. Ich habe noch nie solche Klagelaute gehört. Dort an jenem Tag. Wie hast du überlebt? Viel wichtiger als das ist, warum ich deren Ziel sein sollte. Deren Ziel? Wie meinst du das? Die Mörder wollten mich. Wegen Olen. Was meinst du denn damit? Das ergibt keinen Sinn. Ich muss Olen finden. Ich muss wissen, was er weiß. Aber er ist ein Freund. Nein. Ein Verräter. Ich weiß nicht, wer die Mörder sind oder was sie wollen. Aber ich weiß, dass Olen mit ihnen arbeitet. Aber ich... das... Du musst das nicht verstehen, Ernd. Du musst mich einfach zu ihm bringen. Er ist nicht hier. Er ist seit Tagen auf der Suche nach Schrott und Relikten. Ich weiß nicht, wo. Gibt es einen Ort, wo er öfter ist, an den er zurückkehrt? Ein Haus. Hier in Meridian. Okay, dann führ mich hin. Ich muss es durchsuchen. Na schön. Solange ich als Zeuge dabei bin. Ich habe das von Ersa gehört. Mein Beileid. Ich weiß, sie war dir sehr wichtig. Mir sehr wichtig? Wichtig für alle hier. Sie wusste, was zu tun ist. Sie hatte das Kommando. Hielt mich auf Kurs. Und jetzt soll ich sie ersetzen. Aber sieh mich doch an. Wie soll das gehen? Ich, äh... Hab auch jemanden verloren. Bei der Erprobung. Mein Ziehvater. Sein Name war Rost. Das ist schrecklich. Wie kommt es, dass immer, wenn was Schlimmes passiert, die Leute dir erzählen, was ihnen Schlimmes passiert ist, als ob es das besser macht? Ja, wie kommt das? Äh, was soll's? Du wolltest etwas mit mir besprechen? Ich muss Olens Haus sehen. Jetzt. Okay, okay. Dann komm. Was zum Spaß. Ich wusste, dass die Antwort falsch ist. Aber ich wollte wissen, was er... Wissen, was er sagt. Ja, komm. Wohl ins Haus. Da stehen aber viele Wachen rum, ey. So viele Leute hier und alle reden gleichzeitig. Wie kann man da denken? Ich denke nicht. Ich trinke nur. Ja, so siehst du auch aus, du Mongo. Was ist denn mit dir? Ich weiß doch nicht, wo das Haus ist. Du sollst mir das zeigen. Eine Ahnung, klappen wir irgendwo hin. Ich stehe mal einen Ahnung. Prügeln. Wie lange noch will er Wart sich in seinem Palast verstecken? Die Zitadelle zu steuern? Fehlt ihm etwa dein nötiger Mut für Gerechtigkeit? Blut für Blut. Rache für Erza. Wie lange noch will er Wart sich in seinem Palast verstecken? Jahr für Jahr. Warum verschont er Verbrecher und Diebe und Mörder? Erd, du musst doch Rache nehmen wollen. Deine Schwester ermordet und ihr Tod ungesünd. Noch ein Wort, du Nisa, nichts nutzt und ich schmeiß dich selbst ins Gefängnis. Verschwindet hier oder ihr werdet es noch alle bereuen. Was hat er über Erzas Ermordung gesagt? Nicht jetzt. Oh, ich finde mich überhaupt nicht zurecht, ey. Ist ja eine Riesenstadt, Meridian. Was soll man denn die Türen aufkriegen hier? Mega Dinger. Okay, wie kommen wir da rein? Oh, das war subtil. Gut gesicherte Tür. Sieh zu, dass nichts kaputt geht. Äh, außer auf dieser Tür. Das alles? Für einen Mann? Mal sehen, was darunter ist. Hey, wie kommt das hier her? Die Frage ist, wie man da durchkommt. Ohne Schlüssel gar nicht. Das ist eine Osseram-Luke. Da kommt nichts durch. Wir werden sehen. Der zieht für mich aus wie ein paar Holzbrecher. Äh, Holzbretter. Wir wollen doch mal sehen. Was ist das? Familienporträt. Das scheint ein Bild von Olens Familie zu sein. Das scheint ein Bild von Olens Familie zu sein. Ja, das scheint ein Bild von Olens Familie zu sein. Hier ist doch noch eine Tür. Wunderbar bescheiden. Und dafür, dass er nicht zu Hause ist und hier ein Feuer brennt, ist natürlich auch... Ne? Und hier die Toilette. Warte mal. Schwere Abdeckung. Meisterhaft gearbeitet und verstärkt. In dein Weg, die Luke aufzubrechen. Womit? 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 Da standen ja so ein paar Spieße hier rum, aber... Feuer. Was ist das? Das ist eine Leiter. Ah, und tschüss. Aber wir machen nichts kaputt. Du weißt, dass nichts kaputt gehen soll, oder? Ja. Wollte erst mal runterspringen, aber dann sterben wir wieder. Wir sind schon so oft gestorben, weil ich irgendwo runtergejumpt bin. So, was ist denn das hier? Eine Karte. Ist das hier Meridian? Unten das? Ach so, ja, okay. Dann war er hier schon. Und hier links müsste da auch noch einer sein. Links unten. Okay. Was ist denn das? Handy? Handy? Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht, werden ihre Kehlen aufgeschlitzt und ihre Körper in der Sonne verdorren. Man hat seine Familie entführt. Mann? Wer ist Mann? Die Mörder. Sie drohten ihm, seine Familie umzubringen. Wäre gut, wenn die den gezwungen haben. Der Beweis. Die letzte Seite. Er schreibt über unser Treffen und dass er mich töten muss. Und der nannte sich Freund. Dieser miese Verräter. Du kannst das lesen. Glüfen. Und die Sachen, die du siehst. Wie machst du das? Da ich jetzt weiß, wo Olen ist, sollte ich weiterziehen. Ohne Hilfe? Überlass das mir. Allein bin ich schneller. Warte. Wenn das Gerät Verborgenes enthüllt... Geh aus dem Weg, Erend. Ich muss wissen, wer Ersha getötet hat. Aloy. Bitte hilf mir. Nicht nur die Schatten-Karja-Armee, das weiß ich, sondern welche Soldaten es waren. Es tut mir wirklich leid. Aber es ist dein Krieg, nicht meiner. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Du hast hier die Leute gesucht, die dich töten wollten, die dein Volk massakrierten. Doch du findest Vergeltung und ich nicht. Gut. Ich reise zum Rotkernpass, wo man Ershas Leiche fand. Und warte auf dich. Ich brauche den Fokus. Nur ein paar Minuten. Lass mich nicht betteln. Rotkampass, sagst du? Mal sehen, was ich tun kann. Rotkampass. Okay. So. Also, wir sind jetzt hier. Es gibt noch... Wie viele Händler es hier gibt. Ich will auch da zu der... Ich will noch alle Quests auf jeden Fall mitnehmen. Riecht anders als alles, was ich kenne. Der Ort riecht anders. Keine Ahnung, wie kommt man denn da hoch? Hier ist eine Treppe. Hoffentlich geht es dir geht. Nee, das... Kurz reinschauen. Kostet doch nicht. Ah, da ist jemand. Nora, bitte, ich muss mit dir reden. Von dir redet doch die Garde die ganze Zeit. Die Nora, die mit ihrem zweiten Gesicht Verräter aufspürt. Wenn mir das doch auch helfen könnte. Ein Einbrecher stahl mir das Schwert meines Bruders. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Sprich mit meinem Diener, wenn du möchtest. Er hat den Dieb gesehen. Übrigens, ich will nur das Schwert zurück. Meridian und meine Familie, was das angeht, hat schon genug Ärger gehabt. Ich würde die ganze Sache vergessen. Ich verlange keine Strafe. Ich habe nur die Besten, wenn du wirst es bereuen. Wer ist denn sein Diener? Rede mit dem Diener. Was ist der Diener? Du hast den Einbrecher fliehen sehen? Ich stand mit dem Rücken zur Mauer. Ich dachte nicht, dass wer zum Fenster rausklettert. Er war grau gekleidet und hatte das Schwert. Mehr weiß ich nicht. Bei der Sonne, mir blieb fast das Herz stehen. Kurz reinschauen kostet doch nichts. Versuche den Tatort. Du wirst es bereuen, wenn dir mit dem Getümmel die Vorräte ausgehen. Ähm, ja, wo ist denn der Tatort? Geile Band, Alter. Kann ich weiter zoomen? Rede mit Liegen. Neue Quest. Untersuche den Tatort. Gehen wir nicht da irgendwie rein? Wo ist denn Fenster raus? Der Walter. Was ist denn das? Der Walter hat bei seiner Flucht das Fenstergitter zerbrockt. Blut tropfen, die von hier wegführen. Komm, den finden wir, den Penner. Okay. Mehr Blut. Ich bin noch auf der richtigen Spur. Was haben denn die Händler hier so? Ofen. Was? Helle gesetztenloses Kiste. Hä? Bestrandete Kette. Okay. Wildhauerkiste. Modifikationskiste. Egerklein leuchtendes Geflecht. Hä? Verkauf gegen Metallscherben. Verkauf gegen Metallscherben. Das. 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 Geht das noch? Okay. Gut. Weiter geht's. Ein Feuerspucker. Cool. Okay. Wer ist das? Ist hier jemand langgerannt? Mit einem Schwert? Aber ja. Er hat sich ein paar Stoffstücke geschnappt und rannte die Treppe darunter. Er hat geblutet. Vielleicht braucht er einen Verband. Verdammt! Diese Stoffe sind teuer! Ich hab also einem Dieb Verbandszeug bezahlt. Äh. Rannte hier runter. Treppe runter, hat sie gesagt. Hier ist die Treppe. Oh, wie cool das hier aussieht, ey. Die Grafik, alles richtig geil. Wer denn? Ist dir jemand vorbeigelaufen? Mit einem Schwert in der Hand. Ja. Er hatte mich fast umgerannt. Er rannte über den Ball und fuhr mit dem Lift runter. Den holst du nicht mehr ein. Aber er hatte kein Schwert. Er hatte gar nichts in der Hand? Absolut nichts. Aber er rannte wie ein geölter Blitz. Der Dieb muss das Schwert weggeworfen haben. In den See, ja. Vielleicht hat ihm jemand geholfen. Am Stand der Händlerin hätte er das Schwert schnell loswerden können. Ich sag dir was. Wenn du es vermeiden kannst, setzt keine Kinder in die Welt. Oder die Händlerin hat das Schwert genommen. Und verdickert das jetzt selber. Der Dieb ist anscheinend entkommen, aber ohne das Schwert. Er hat es vielleicht irgendwo abgelegt. Bei dir zum Beispiel. Was? Nein. Ich habe damit nichts zu tun. Das wird sich zeigen, wenn die Stadtwache deinen Stand durchsucht und deine Kunden befragt. Oh, bitte nicht. Hör mich erst an. Es heißt, du bist ein helles Licht in der Dunkelheit. Also wirst du mir zuhören. Es stimmt. Ich hatte das Schwert und ich gab es an jemanden weiter. Es wird verkauft, aber nicht für den Profit. Die Scherben sind für Bedürftige. Und das soll ich dir glauben? Ich kann's beweisen. Meine Freunde sind bei der Wassermühle im unteren Dorf. Sie erklären dir alles. Wenn sie dich nicht überzeugen, komm zurück mit den Wachen. Ich gehe nirgendwo hin. Das könntest du ruhig. Ich finde dich. Aber na gut. Ich gehe zur Wassermühle. Okay. Dann sollte ich wohl zu dieser Wassermühle gehen und herausfinden, was hier läuft. Sieh dir diese Waren an! Du suchst nach Artefakten? Ja, aber nicht für Profit. Sonnenkönig Awad machte mich zur Gesandten der Banuk. Ich arbeite für sie. Suche Relikte und bringe sie zurück in ihre Heimat. Bahn Ur. Ich bin ganz besonders interessiert an Holzfiguren, die man bei Banuk Felsmalereien finden kann. Wenn du welche für mich hast, ist mir das einiges wert. Geil, Alter! Handeln, Junge! Fertig? Lass uns handeln! Karte Metallblumen. Ja, die habe ich ja schon. Banuk Artefakten Mutter. Da fehlt mir noch eins. Geilo! Hier kann man endlich alle Sachen eintauschen. Komm wieder, wenn du Banuk Sachen findest. Ich zahle gute Banuk. Ja, sicher mache ich das. Ich zahle in der Geheimniskisten. Maschinenrohstoffe. Ähm. Wir müssen da ganz runter. Am Wasserrad. Neue Quest. Wie kommt man denn da zu dieser Quest? Ja, komm, wir machen mal die Kiste auf. Wenn wir schon so eine bekommen haben. Schatzkisten. Aha. So ein Zeug. So, ich bin gespannt. Diese Kiste muss geöffnet werden, um ihren Inhalt zu enthüllen. Eine Belohnung von der Gesandten der Banuk. 500 Metallscherben. Modifikationskiste. Ach, Schatzkisten. Abriss. 13 Handhabung. 7 Handhabung. 6 Verderbnisschutz. Verderbnisschutz. Okay. Naja, okay. War jetzt nicht so krass. Alter, was ging hier ab? Was ist das für ein Händler hier nochmal? Ah ja, genau. Der hat die Kisten. Wie kommt man denn da hoch? Zu der Quest. Quest ist da drin irgendwie. Täuschung. Die Schattenkater kennen Sie gut. Und jetzt haben Sie Haupt... Äh. Das Tor hier ist zu. Auch zu. Auch zu. Hier geht es nicht höher und nicht rein, hä? Wie kommt man da zu dieser Quest? Da unten ist auch noch eine Quest. Ja, ich weiß ja nicht. Ich meine, wir können ja auch wieder dann hochreisen. Wir machen erstmal bei der normalen Quest weiter. Mit die mit dem Schwert. Gucken wir, dass wir irgendwie das Schwert wieder bekommen. Okay. Die Stadt ist sehr, sehr geil gemacht, muss ich sagen. Also die gefällt mir richtig gut. Hier würde ich auch wohnen wollen, ey. Da hinten ist ein Fahrstuhl. Was gibt es denn hier noch? Hier ist noch ein Lagerfeuer. So, jetzt bin ich ja wieder hier. Hä? Wie kommt man denn da runter? Eieiei, nicht runterfallen. Oh. Lohe. Okay, da hinten sind die Fahrstühle. Ich weiß echt nicht, wie man da reinkommen soll. Macht nix. Wir machen jetzt erstmal das eine und dann das andere. So. Wir gehen zum Fahrstuhl. Sich an den Hebel ziehen. Aufzug benutzen. Ist dafür umsonst. Zwischen Obst. Das dauert ja schon echt lang mit dem Fahrstuhl. Das ist jetzt erst ganz unten. Egal, wir warten mal. Wir gucken mal, wir genießen mal so lange die Aussicht. Ach, guck mal, Felder haben die hier auch. Jo, er ist da. Geil, dann rein hier. Ja, rausfallen kann man ja hier nicht. Aber ob ich diesem Aperillo hier vertraue, das sieht irgendwie sehr rostig aus alles. Lagerfeuer entdeckt. Lagerfeuer entdeckt. Ist ganz schön hoch, hä? Wir alle haben den großen Zusammenhang der Dinge über unseren Platz. Okay. Lagerfeuer entdeckt. Also, Karja ist, ähm... Meridian ist anscheinend nicht nur oben, die Stadt auf dem Fels. Sondern es gibt auch hier Vororte. So wie diesen hier. Lebensnotwendige Dinge. Vier Wachen, die den Eingang oben nach Meridian bewachen. Okay. Wir haben da einen Händler. Mal gucken, was der Händler so für uns hat. Das ist ein ganz normaler Händler, alles klar. Dann gib mir aber mal die Schatzkiste. Gehen wir gerade so hoch. Metallankauf, gute Preise, faire Preise. Hier gibt's die besten Preise für Maschinenteile unterm Tafelberg. Keine Abgaben an den Sonnenhof, nicht wie die Gierschlunde dort droben. Sie interessiert sich doch nicht für Steuern. Ich weiß, was sie nicht interessiert. Wie gesagt, das beste Angebot für Schnappmaullinsen. Das kann ich beschwören. Bei der Sonne, spuck dir nicht in die Hände. Äh, Jägerin, ich entschuldige mich für meinen Partner. Stillen Partner. Stiller Partner? Wenn die Sonne doch nur meine Gebete erhörte. Vergiss die Schnappmaullinsen, Jägerin. Die will niemand haben. Eine Langbeinlinse würde sich dagegen wirklich lohnen. Also, was, ähm... Niemand will Schnappmaullinsen. Die sind gut und hart. Man kann sie überall reinhämmern. Wofür hältst du das? Für einen von diesen schäbigen Handelsposten? Dies hier ist Meridian. Wir haben Kultur. Ich habe Kultur. Gerade neulich sah ich mir die Jagdprüfungen an. Oh, große Sonne. Schenk mir die Kraft des Mittags. Du hast einen Sonnenstich, wenn du glaubst, dass wir hier Langbeinlinsen loswerden können. Äh, hallo? Ich habe es dir schon so oft gesagt, wie der Turm hoch ist. Handwerk, Kunstfertigkeit, dafür stehen wir. Handwerk gewinnt keine Kriege und vertreibt keine Maschinen. Man braucht gute, altmodische, einfach... Oh ja, einfach gearbeitete Kraft. Wenn du was Glitzerndes siehst, wirfst du es weg. Hätten Karja diesen Aufzug gebaut, wäre es nur ein schöner Schacht geworden. Die langen Jahre des Stöberns und keinen Humor gefunden. Genug. Tja. Ein deutliches Volk, diese Nora. Warum überhaupt zusammenarbeiten, wenn man sich nie einig ist? Ah, es ist eine symbolische Geste. Keine Abgaben an den Sonnenhof. Wie schon zu Beginn sagte Ranin. Sag... Sag mir einfach, was ihr wollt. Eine Langbeinlinse. Eine Schnappmaullinse. Gut. Ihr seid wohl beschäftigt. Warte, warte. Du hast sie verjagt. Schnappmaullinse. Was sagst du? Ich hab sie verjagt? Na klar. Hör zu, Jägerin. Langbeinlinse. Jäger, hochwertige Ware zu Pferd im Kreis. Ich hab euch beide Teile besorgt. Also, was sagt ihr? Ich kann wohl nicht nur die eine kaufen? Es wäre die falsche. Also gibt der Jägerin die Scherben für beide. Natürlich, natürlich. Bitte sehr. Wenn das der Preis ist, den ich zahlen muss. Der Preis, den du zahlen musst? Die Schnappmaullinse macht vielleicht gerade so den Verlust wieder wett. Ich mache keinen Verlust, Kohlenbrenner. Dir fehlt die Fantasie, um für Langbeinlinsen angemessen zu zahlen. Ich habe Fantasie. Wenn du mit diesem Schrott herumklapperst, denke ich an deinen Schädel. Alter, sind die behindert, ey. Alter Schwede. So, dahinten ist noch ne Quest. Gehen wir da noch hin? Also, die beiden, die werden sich wohl heute nicht mehr einig. Wir wollen uns ja jetzt noch den ganzen Tag voll labern lassen. Gehen wir mal hier ein bisschen weiter. Warum und tut nichts? Sag mir, was mit deiner Familie ist. Vielleicht kann ich helfen. Bei der Sonne, ich glaube, sie sind alle tot. Ich habe nur knapp überlebt. Maschinen. Wilde Maschinen griffen unser Anwesen an. Ich sollte Hilfe holen. Was für eine Art Maschinen. Wo kamen sie her? Ein Verwüster. Bei der Sonne, was er angerichtet hat. Und das waren auch Wächter dabei. Der Sonnenkönig sagte, er könne die Anwesen jenseits des Tals nicht mehr schützen. Aber Vater glaubt es nicht. Ich gehe zum Anwesen und suche Überlebende. Wirklich? Oh, danke. Oh, bitte. Pass auf. Die Maschinen sind tödlich. Ja, na sicher. Okay. Also, die Folge ist jetzt auch erstmal zu Ende. Wir können noch einiges machen. Also, wir müssen natürlich zur Mühle noch gehen. Dann müssen wir an das Anwesen von dem Typ und nach seinem Vater gucken. Wir müssen irgendwas mit der Loge machen. Wir müssen die Quest hier suchen, die da irgendwie mitten in diesem Ding ist. Fakt-Sammelobjekte. Verschiedene Sammelobjekte. Gefäß-Sammel. Ah, guck mal, das ist ein Gefäß-Sammel-Typ. Da können wir uns auch noch was kaufen, bestimmt. Okay. Wir holen noch die Metallblume da vorne. Weil das sind ja so Sachen, die interessieren euch ja bestimmt nicht. Und deswegen mache ich die mal gerne am Ende noch. Hänge ich die einfach noch mit dran an der Folge. Metallblume, Metallblume. Da haben wir ein Lagerfeuer. Oh, da ist was zum Heilen. Oh, oh, ganz viel. Also, hier um Meridian rum ist es richtig schön, Leute. Muss man auch mal anerkennen. Also, auch die Grafik von dem Spiel und wie das alles aufgemacht ist. Das ist halt kein Zelda, was man auf einer Handheld-Konsole spielt, sondern das ist wirklich ein ganz hohes Niveau, dieses Spiel. Und ich bin einer, der von Spielen nicht immer schnell begeistert ist, obwohl ich mich mit jedem Spiel anfreunden kann. Aber dieses Spiel ist für mich momentan das Spiel des Jahres. Metallblume. Ach, die soll da oben drauf sein, oder was? Wie soll ich denn da hochkommen? Ja, ihr Läufer, ihr braucht... Ich kann euch jetzt hier nicht... Anzug knurren oder so. Irscher. Oh, nee, oder? Oh, Pirscher sind mies. Das hier ist sowas wie ein Dschungel hier in der Nähe. Guck mal. Richtig dichter Wald. Ja, oh, hier kommt mal hoch. Aha, wir haben die Stelle gefunden. Aber wenn es hier Pirsche gibt, dann wird es hier auf jeden Fall übel. Den kennen wir von dieser einen Quest, wo eine Karawane überfallen wurde. Und einer der Händler einfach abgehauen ist mit dem Zeug. Und da, den hat doch so ein Pirscher erlegt. Und ist hier ein Händler. Und ist hier ein Händler. Was macht der hier oben? Und verkaufen können wir jetzt eh nicht mehr viel. Aber wir haben noch viel Platz. Du bist auch keine gewöhnliche Blume. Nein, du bist eine Metallblume. Das gibt es denn hier sonst noch so. Wenn wir gerne von hier oben runter gucken. Also, das scheint ein richtig krasser Dschungel zu sein. Wenn man hier noch weiter südlich geht. Das ist wahrscheinlich ein riesiges Dschungelareal hier. Guck mal, wir kommen von Schnee. Hier ist Wiese. Also, hier war eine Stadt quasi. Ja, das hier war alles quasi eine Stadt. Das ist Schnee. Dann so ein bisschen Tundra. Und dann kommen wir direkt zur Wüste. Was ist das hier? Die Stadt der Sonne. Finde Olin bei der Ausgrabungsstätte. Aha. Nach der Wüste kommen wir dann hier direkt in das... In dieses Waldgebiet. Wald, Dschungel, wie auch immer. Vulkan wäre noch geil. Aber gut, Vulkan haben wir bei Zelda. Okay, Pemarillos. Bleiben wir an der Stelle hier stehen? Aber wir müssen eigentlich speichern vorher noch irgendwo. Okay, dann Geronimo. Warum geht die nicht auf diesen Steg? Sondern segelt einfach rechts neben vorbei und tot. Egal. Gut. Pemarillos. Speichern noch schnell mit euch. So, die Blume haben wir ja gefunden. Alles klar. Dann bis zur nächsten Folge. Stay Pam. Tschüss. Anzug. Bitte markiere meine Feinde. Denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete. Schick den Kommentar. Denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch. Drück in dem ein Highscore. Kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro... Bildungspro...